Hallihallo herzlich willkommen zurück zum linux tutorial diesmal zeige ich euch wie ihr mit prozessen umgehen könnt und prozesse sind eigentlich was ziemlich wichtiges vor allem weil wir viele prozesse auch direkt hier starten werden ich habe euch schon einiges gezeigt wie man also in anderen tutorials wie man damit umgeht aber jetzt sollte das auch tatsächlich hier mal beherrschen lernen und zwar alles in einem dass ihr auch wisst wo er das ganze findet gut zunächst einmal können wir folgendes tun wir wollen einen prozess starten und zwar mit der kommando zeile also mit der mit dem terminal hier und dazu brauchen wir erstmal eine datei die wir ausführen können entweder mit punkt slash und dann der dateiname da ich jetzt aber gerade auf dem schreibtisch bin da gibt es nichts außer abc und das ist eine pfeil da steht nicht viel drin jedenfalls nicht viel wertvolles werde ich einen anderen prozess benutzen den ihr wahrscheinlich schon kennt wenn jeden anderen andere tutorials von mir geguckt habt das ist crunch und crunch braucht teilweise ziemlich lange bis es mal so weit ist deswegen sag ich einfach mal okay crunch von 1 bis ich hab wieder mal kein numpad aktiviert warum immer warum das sich immer ausschaltet weiß ich auch nicht von 1 bis 9 über das hat sich zweimal die sechs eingeschlichen über die zahlen und a b c d e f g h i j k l m n o p q r und so weiter ist egal auf jeden fall was das jetzt tut es wird einfach alle möglichen passwörter generieren die man oder alle möglichen wort kombinationen die man aus diesem zeug hier produzieren kann das heißt alle kombinationen außen einmal die 1 bis 9 mal die 1 und bis hin zu ja neun mal er also wird alles durch probieren und das dauert logischerweise seine zeit und braucht dementsprechend auch abartig viel speicherplatz und deswegen wollen wir den prozess danach nachdem wir gestartet haben wieder abbrechen nicht worten ist sondern wird list punkt lst so und jetzt steht hier zack und ich kann ihn wieder beenden so er hat jetzt angefangen irgendwas zu generieren und zwar 99 terabyte an daten sowie speicherplatz habe ich logischerweise nicht auf meiner platte deswegen habe ich ihn gleich wieder abgebrochen und das kommando zum abbrechen ist steuerung c das funktioniert mit jedem prozess den auf der kommand auf der kommandozeile startet und wird ihn einfach sofort terminieren ja das ist die schnelle variante für prozesse die hier auf dem auf der konsole gestartet habt beziehungsweise auf der auf dem terminal und wenn man aber jetzt ein prozess starten möchte der sich extern schon irgendwie gestartet hat dann muss man erst mal rausfinden was für prozesse laufen denn gerade und das tut man mit ps da sehen wir okay es läuft gerade das hier damit können wir erstmal relativ wenig anfangen weil ja das sind ja nicht alle prozesse das ist bloß hier unsere unser terminal was hier offenes und ps der prozess der hier quasi nach prozessen sucht also ein bisschen redundant bringt uns nicht so ganz so viel aber wenn wir hinten dran noch einen ps minus hängen dann kriegen wir alle und das ist jetzt eine ganze menge wie wir sehen können ja wenn wir jetzt einen speziellen prozess uns rauspicken aber dann müsst ihr auch wirklich sicher sein dass sie den beenden wollt network manager kann man mal beenden ist nicht ganz so schlimm dann suchen wir uns den raus und nehmen einfach folgendes vor wir sagen okay wir wollen den prozess jetzt abschießen und das tun wir mit kill was hat ja noch mal für eine netzwerk id 500 irgendwas war das doch hier 560 also brauchen wir die id von dran dann nehmen wir 560 drücken enter und der netzwerk manager ist weg das bedeutet erstmal nichts schlimmes der kann sich auch wieder starten aber er tut manchmal folgendes sowas wie ja ich schalte mal wieder den netz den stick zurück in management obwohl ich das gar nicht soll und so zeug also deswegen kann man den schon mal töten wollen weil er böse ist und ja wenn ihr nicht unbedingt so aufwendig die ganze liste von hand durchsuchen wollt dann zeige ich euch im nächsten oder übernächsten tutorial wie man da leichter damit umgeht mit solchen listen die man da hat aber jetzt soll es nur um prozesse gehen und um prozesse verändern zu so lasst mich hier erstmal wieder raus klären damit wir wieder ein bisschen platz haben das bisschen unübersichtlich geworden noch zwei sachen kurz die ich nicht vorzeigen werde jetzt und zwar mit kontroll also steuerung control z verschiebt ihr einen prozess in den hintergrund das bedeutet er läuft weiter bzw stopp mit steuerung z pausiert man einen prozess einfach ganz kurz also was heißt ganz kurz so lange bisschen wieder weiter laufen lassen und sagen wir mal ein prozess läuft jetzt und wir wollen ihn pausieren weil wir sonst hier gerade keine kommandozeile zur verfügung haben es gibt phasen da hat man nur eine kommandozeile tatsächlich zur verfügung kann sich keine neue aufmachen deswegen wollen wir dann dem prozess pausieren drücken wir störung z und dann lassen wir in dem hintergrund weiter laufen das tun wir mit bg und dann wird automatisch dieser job in den hintergrund verschoben da wir aktuell nichts laufen haben gibt es leider keinen solchen job mit fg so viel also bg heißt so viel wie background da läuft er dann weiter da könnt ihr euch dann mit jobs angucken was gerade im hintergrund läuft und mit fg könnt ihr ihn dann wieder in vordergrund holen ja da wir aber nichts im background haben beziehungsweise auch nichts vorne laufen haben ist es eigentlich nicht so relevant gerade gut dann hoffe ich es hat euch mal wieder gefallen und ihr wisstet ihr mit jobs umgehen könnt und ja das war's auch schon wieder für heute und bis dann ciao ciao